So, wir bringen noch ein ganz kleines, ein Medley und zwar mit drei Liedern aus dem neuen Album. Frühspaß mit... Was haben wir dabei? Wahnsinn. Wahnsinn. Die Goss ist weg. Und Geister hat es auch. Das Abi heißt ja auch Geister. Ja, das ist der Wahnsinn. Komm, wir tun das nochmal. Hey, wir riskieren was. Und dann schauen wir mal. Die ganze Wahrheit, bin sie mit mir raus. Ja, das fährt der Wahnsinn, wenn du die traust. Das ist der Wahnsinn. Die Goss ist die Kur von der ganz arme Leid. Ganz arme Leid. Ganz arme Leid. Wenn's meckert, wär's gern von der Millie befreit. Ai, 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 ai. Geil ist immer blau, alles wie ein Traum, unter Sonnentisch ist gedeckt. Geil ist immer blau, farbenhafte Frauen, alles läuft perfekt. Ein! Super! Super! Sind wir echt gespannt, das neue Album. 26. 26. Februar. Ab 1. April sind wir auf ein geiles Himmelblau-Tourneen. Noch ganz Deutschland, Asien und Südamerika, nein Deutschland. Und im November sind wir auch noch mal. Aber für hier in München, am allerwichtigsten, haben wir unser riesengroßes Abschlusskonzert am 3.12. in der Olympiahalle. Das heißt, kommt alle vorbei, packt eure ganzen Familien, Kinder, Verwandten ein. Wir zählen auf euch, das wird eine Riesensause. 3.12. So, danke sehr. Können wir noch ein paar Fragen stellen? Jetzt würde ich sagen, sehr gerne nochmal das Referat...